Im Falle eines Unfalls oder einer schweren Krankheit haben wir alle Verständnis für den Pflegeaufwand und die umfassende Versorgung der Betroffenen. Was aber, wenn unsere Seele verletzt ist, krank wird, nicht mehr so richtig fit ist? Komisch? Peinlich? Tabu? Nein, denn jede dritte Person erkrankt einmal in ihrem Leben an einer psychischen Krankheit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit einer seelischen Erkrankung genauso offen umgehen, wie wir es auch bei anderen Krankheiten tun. Weil psychische Krankheit uns alle betreffen kann. Sie selbst oder auch ihre Angehörigen. Denn im Falle einer psychischen Erkrankung stehen auch die Familienmitglieder und das Umfeld des Erkrankten unter einer starken Belastung. Und auch eine psychische Krankheit braucht Pflege, Versorgung, Verständnis und Zeit. Aber grundsätzlich sind auch seelische Erkrankungen heilbar. Die Eckart-Busch-Stiftung setzt sich für psychisch kranke Menschen ein. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und Ihre Spenden auf www.eckart-busch-stiftung.de Die Eckart-Busch-Stiftung